Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute das Video, das sich einige von euch gewünscht haben, nämlich so ein bisschen meine Meinung und meine Einsicht bzw. mein derzeitiges Wissen zur DSGVO in zweierlei Form. Einmal für euch als Seitenbetreiber und andererseits auch, wie das für Agenturen aussieht bzw. was ich da jetzt in letzter Zeit so erfahren habe. Das heißt, wenn euch das Thema DSGVO interessiert, dann bleibt dran, ich werde genau auf diese Thematik jetzt eingehen. Ja, wenn wir von der Thematik DSGVO sprechen, werde ich jetzt das kurz mal von hinten aufrollen, nämlich was ist die DSGVO bzw. wann tritt in Kraft, wen betrifft das und so weiter und so fort. Das heißt, die DSGVO, sprich die Datenschutzgrundverordnung, ist eben eine Grundverordnung bzw. eine Verordnung, die jetzt mit 25. Mai 2018 in Kraft tritt. Das ist jetzt so ein bisschen auch gehypt oder sehr medial das Thema, deswegen möchte ich da jetzt eher auch unter Anführungszeichen meinen Senf dazugeben. Aber gleich vorweg, ich bin kein Rechtsanwalt, meine Aussagen hierzu sind nicht in der Form qualifiziert, wie die zum Beispiel von E-Recht24. Ich zeige euch nur, was ich derzeit eben herausgefunden habe, übernehme dafür aber auch keine Gewähr. Das heißt, ich könnte mich auch hier und da irren, aber ich habe mir das schon sehr gut überlegt bzw. habe ich da vor mir auch nochmal zwei A4-Seiten liegen, die ich mir so handschriftlich auch nochmal notiert habe zu gewissen Themen und das werde ich mit euch eben durchgehen. So, zuallererst DSGVO, was bzw. was passiert darf, wem betrifft es und so weiter. Eben wie gesagt, ab dem 25. Mai 2018 ist das für alle Pflicht. Für wen ist es Pflicht? Eigentlich für jeden, der eine Seite betreibt. Das heißt, es ist völlig egal, ob kleines, großes, mittleres Unternehmen, Kleinunternehmer, GmbH, OG, was auch immer. Solange man Daten verarbeitet auf der Webseite und das tut man fast zwangsweise, denn es gibt zumindest Server-Log-Files oder zumindest Cookies, die gesetzt werden und wenn man sich technisch nicht ganz genau auskennt und zum Beispiel einfach nur ein Baukastensystem oder eine WordPress-Seite oder sonst irgendetwas installiert hat, kann man davon ausgehen, dass es einen definitiv betrifft. Was muss man tun bzw. was passiert, wenn man es nicht tut? Man spricht von Abmahnungen bzw. Bußgeldern zwischen, also es könnte passieren, dass es eben bis zu 20 Millionen Euro Bußgelder bzw. 4% glaube ich des Jahresumsatzes. Das ist jetzt, also das ist alles bis zu, das heißt, sie haben das extrem hochgeschraubt sozusagen, die Bußgelder. Wieso das Ganze? Naja klar, die wollen das umsetzen und wollen natürlich auch da jetzt ein bisschen, unter Anführungszeichen, eine Panik machen, dass die Leute das auch wirklich umsetzen, denn die DSGVO gibt es ja schon länger, aber wurde nie so in Recht umgewandelt, dass es auch verpflichtend war, sondern es war immer so ein bisschen hier und da eine Sache. Also wenn euch das, dieses Thema betrifft, ja ich kann euch empfehlen, E-Recht 24 zu nutzen, das Premium, das nutze ich derzeit, ist auch für Österreich hier und da adaptierbar. Das meiste ist zwar im deutschen Bereich, aber es ist im Grunde genommen, sieht man das sehr gut, weil Deutschland und Österreich sehr ähnlich ist. Was da funktioniert, das kostet glaube ich 30 Euro im Monat oder so und dann seid ihr zumindest, wenn ihr in Deutschland seid, seid ihr auf jeden Fall da mal sicher. Genau, die DSGVO, was ist das, das haben wir jetzt schon besprochen, das betrifft eigentlich so gut wie jeden. Was ist das Ziel von dem Ganzen? Das Ziel ist eben, dass es auf EU-Ebene so ist, dass man, dass personenbezogene Daten, ja auf die kommen wir dann auch noch gleich zu sprechen, dass sozusagen diese Daten geschützt werden, ja und dass sich ein EU-Bürger sozusagen sicher sein kann, was mit den Daten passiert und was nicht. In dem Fall, in dem Fall ist es so, hier sieht man es eh, die Verordnung gilt auch für Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU, wenn sie Daten von Personen aus der EU verarbeiten. Das heißt, selbst jemand, wenn ihr die Firma jetzt in Malta habt oder Monaco oder wo auch immer, aber trotzdem in der EU euer Geschäft macht, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel oder woanders, ja, völlig egal, betrifft das so auch das Ganze. Warum das so eingeführt wurde, war deswegen, damit sich auch Cloud-Dienste bzw. Netzwerke und andere große Firmen aus den USA daran halten, ja. Ja, das heißt, die müssen hier auch auf jeden Fall nachordnen. Was hat das mit mir als Unternehmer zu tun und wer ist dafür haftbar und so weiter und so fort? Grundsätzlich, wie gesagt, jeder, der eine Seite hat, ist Seitenbetreiber. Es ist auch nicht die Agentur oder zum Beispiel der Webdesigner dein Seitenbetreiber, sondern du bist für deine Seite haftbar bzw. auch, ja, verpflichtet zu schauen, dass das alles passt. Ja, zu diesem Agentur-Webdesign-Aspekt komme ich nachher noch zu sprechen. Ich rolle das jetzt eben, wie gesagt, von vorne auf. Ab wann gilt das Ganze, haben wir schon gesagt, 25. Also die DSGVO trat schon mit 25. Mai 2016 in Kraft. Wie gesagt, aber die Mitspielsdaten müssen das erst ab 25. Mai 2018 anwenden. Es regelt sozusagen den Umgang mit personenbezogenen Daten. Bei personenbezogenen Daten sprechen wir von Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Kfz-Kennzeichen, Standortdaten, IP-Adressen, Cookies und alles, was drumherum noch dazukommt, ja, Mittelname, mittlerer Name, Nachname und so weiter und so fort. Diese Informationen gilt es zu schützen, in welcher Form auch immer, ja, das geht dann auch so weit, kommen wir dann noch zu sprechen bei Kontaktformularen bzw. zum Beispiel bei WordPress in der Kommentarfunktion. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann auch nochmal in genaueren an. Ich habe dann auch noch so ein paar Fragen aufgegriffen, die ich so im Internet gelesen habe, die ich glaube, die euch interessieren könnten. Die Abmahnungen, die wir schon besprochen haben, sind relativ hoch geworden bzw. die Bußgelder dazu sind relativ hoch geworden und dementsprechend muss man eben aufpassen, ja, was passiert. Und ich werde dann mit euch vielleicht auch in weiteren Videos euch zeigen, wie ihr das zum Beispiel bei eurer WordPress-Installation umsetzen könnt, ja. Ich habe schon den Großteil eigentlich umgesetzt. Ich habe schon ein paar Videos gemacht, die genauso umgesetzt worden sind, dass sie auch DSGVO-sicher sind. Wobei, das wird man dann eben sehen, ja. Ich meine, derzeit ist es zum Beispiel so, dass man einen Cookie-Hinweis hat, ja, wie das üblicherweise jeder kennt. Ich schaue jetzt kurz einmal, wo das ist. Zum Beispiel, wenn ich, glaube ich, auf meine Webseite gehe, hat man hier jetzt diesen Cookie-Hinweis. Wenn man da auf mehr Information kommt, kommt man auf die Datenschutzerklärung. Das ist alles schön gut. Das kann aber sein, dass sich das auch noch ändert, ja. Das ist derzeit noch nicht ganz geregelt, wie das gemacht wird. Es ist, wie gesagt, auch bei der DSGVO, weil das so ein riesiger Klotz ist an Informationen und Dingen, dass da auch noch einiges offen ist, ja. Aber da werde ich immer wieder Updates geben. Also ich erzähle euch jetzt das, was ich sozusagen in den letzten Wochen mitbekommen habe. Was ist wichtig? Ja, das Wichtige ist, dass ihr euch darum bemüht, ja, dass das alles so gut als möglich, also sprich diese personenbezogenen Daten so gut als möglich bei euch aufbewahrt sind, ja. In mehrerer Form. Ich rede dann noch über das Technische darum, also ich rede noch über das Technische und es geht auch darum, das Recht auf Löschung, ja. Sprich, wenn ihr lange keine personenbezogenen Daten braucht, dann könnt ihr die auch ruhig löschen bzw. aufräumen, dann ist das nicht so schlimm. So, in der Praxis, ja, ich gehe eher mehr auf die Praxis ein, weil es erfordert eine mündliche, schriftliche und elektronische Einwilligung, sozusagen, dass nach der Datenschutz-Grundverordnung gemacht wird, ja. Das ist erstens mal dieses Opt-in, Opt-out-Prinzip, sprich, ja, der Cookie-Hinweis beginnt schon einmal so, wenn Sie diese Seite nutzen, wird ein Cookie gesetzt, das, 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 das. Das könnte eben sein, dass das in anderer Form auch noch aufkommt, dass man eben ein Cookie erst dann setzt, wenn der Besucher eingewilligt hat. Das Ganze muss eben aus Freiwilligkeit passieren, sprich, er muss freiwillig sagen, ja, ich möchte dazu einwilligen und ich möchte Cookies setzen lassen, das ist ihm alles egal. Man hat eben auch inhaltliche Anforderungen und die Nachweisbarkeit ist eben auch ein Thema geworden, ja. Der Widerruf eben auch, das ist auch das, was ich gesagt habe, das Recht auf Löschung, man das eben, das widerrufen kann, sprich, man kann auch nachträglich zum Beispiel in der Datenschutzerklärung ein Opt-out machen, ja, das wird man dann auch noch sehen, wie das genau umgesetzt wird. Interessant wird es ja eben auch genau da bei Minderjährigen, weil wenn jetzt jemand, ein 13-, 14-Jähriger, da irgendwie eine Einwilligung gibt, ist das ja eigentlich in der Form noch nicht möglich, aber der hat ein PC und wird auf der Webseite sein, das heißt, da wird man sehen, wie das mit der Zeit dann an sich funktioniert. Genau, man muss jetzt dann auch eben ein Verzeichnis führen, ja, da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen, ein sogenanntes Verarbeitungsverzeichnis, das sieht in der Form aus, ist eben unterschiedlich für sich, dieses Datenverarbeitungsverzeichnis, dort muss eben im Endeffekt rein, welche Daten verarbeitet ihr für welchen Zweck, ja, und mit welcher Software und so weiter und so fort. Da bin ich selber jetzt noch am schauen, ob es dann eine Software gibt, ob es eine Möglichkeit gibt, das zu vereinfachen, wo man das per Hand machen muss und Sonstiges. So, mussten die Datenschutzerklärungen angepasst werden? Ja, deswegen, weil es einfach da noch, es ist jetzt eben so, dass die DSGVO auch geändert hat, eben, dass es verständlich für jeden sein soll. Es soll zum Beispiel auch ein Kind oder ein 80-Jähriger, beziehungsweise ein 80-Jähriger vielleicht, die mit Technik nicht viel am 100 auch verstehen können, ja. Inwieweit das dann ausführbar ist, ist immer so eine Sache. Wie gesagt, es sind einige Dinge offen. Es soll im Endeffekt halt einfach nur präzise, transparent, verständlich, leicht zugänglich und in klarer und einfacher Sprache verfasst sein, ja. Und auch für mehrsprachige Webseiten, ganz klar, ihr müsst das dann auch in der jeweiligen Sprache dann natürlich zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr eine englischsprachige, also deutsch-englischsprachige Webseite habt, dann müsst ihr in Englisch und in Deutsch vorhanden sein, die Datenschutzerklärung. Es muss immer verfügbar sein, ja, so wie bei mir hier unten. Man kann immer auf dem Immensperation und immer im Datenschutz, das soll nicht abgedeckt sein oder sonst irgendetwas. Das sind so Dinge, die wichtig sind. Und, ja, genau. Dann gibt es eben Auftragsdatenverarbeitungen, ja. Ja, das gibt es dann in Zweilenform, nämlich Auftragsdatenverarbeitung. Darüber habe ich schon einmal gesprochen. Das ist zum Beispiel bei Google Analytics, dass ihr mit Google Analytics oder mit Google eine Auftragsdatenverarbeitung macht. Die ist jetzt bald in elektronischer Form zur Verfügung oder ist schon in elektronischer Form zur Verfügung. Die habe ich damals noch schriftlich machen müssen. Und das gilt für jeden Anbieter, ja. Ich habe zum Beispiel Klick-Tipp auch gemacht, mein E-Mail-Anbieter, der, also ich muss mit dem, mit der Firma eine Auftragsdatenverarbeitung vereinbaren, eben, dass die für mich Auftrag, also, dass die für mich Daten verarbeiten dürfen. Genauso geht es eben, wenn ihr als Agentur eine Auftragsdatenverarbeitung mit einem Kunden abschließt, dann dürft ihr in seinem Namen Auftrag, also Daten verarbeiten. Das ist, wie gesagt, sehr komplex. Dann kommt noch dazu Punkt 9, der Datenschutzbeauftragte und die DSGVO. Es kann sein, dass einige Unternehmen, aber da geht es wirklich um große Unternehmen, ich glaube nicht, ja, je nachdem, wie groß euer Unternehmen ist. Natürlich, wenn ihr riesige Unternehmen habt, dann kann es sein, dass es einen Datenschutzbeauftragten geben wird oder geben muss, also muss nicht, aber sollte, sagen wir es so. Also, es dann, ich weiß gar nicht, wann er eine Pflicht ist, weil, wie gesagt, das mich nicht betrifft, aber es gibt zum Beispiel, das ist in der DSGVO geregelt, denn im Artikel 9 gibt es gewisse Daten, beziehungsweise kategorische Daten, die, wenn die beschrieben werden, beziehungsweise in eurem Unternehmen eben verarbeitet werden, dann muss ein Datenschutzbeauftragter kommen, ja, und da gibt es ein paar Punkte, wieso, das würde euch eben jemand sagen, aber wie gesagt, Datenschutzbeauftragter ist für die meisten jetzt kein Thema, muss man nicht, kann man freiwillig machen, muss man aber nicht, ja. Ja, genau, also ich kann euch allen empfehlen, wenn ihr ein gut laufendes Unternehmen habt, ja, dann würde ich, genauso wie ich es gemacht habe, zu dem einen oder anderen Anwalt gehen und vielleicht dort mal nachfragen oder eben Eherecht Premium nehmen, dort vielleicht irgendwie sich helfen lassen und so weiter und so fort, ja, wegt das immer ab. Ich meine, wenn ihr irgendwie im Jahr 10.000 Euro Umsatz macht, ja, dann ist es nicht so schlimm, weil da kann nicht allzu viel passieren, aber irgendwo überhaupt einen gewissen Wert wird es dann schon interessant. So, jetzt komme ich dazu, das waren jetzt einmal so die Sachen und jetzt kläre ich ein paar Fragen auf, ja, das war einmal so diese Einführung jetzt, wie gesagt, das Video ist jetzt länger, weil ihr euch das gewünscht habt, jetzt kläre ich so ein paar einzelne Fragen, die ich aufgestellt habe und, ja, also die erste Frage ist, für wen gilt das Ganze? Also das gilt für alle Seitenbetreiber, ja, das wiederhole ich jetzt nochmal, jeder, der eine Webseite hat, wurscht in welcher Form, der betreibt es und lasst das auch nicht auf eure Agentur zurück oder sonst irgendetwas. Die Agentur ist nicht zum Beispiel der Seitenbetreiber, ja, ihr seid der Seitenbetreiber, ihr müsst schauen, dass das passt, ja. Digistore24, ja, haben mich viele gefragt, ist das jetzt ein Thema, muss ich mit denen auftragen? Nein, weil Digistore24 für sich, also ihr kommt gar nicht, ja, also wenn ihr zum Beispiel über Digistore24 etwas verkauft, kommt ihr gar nicht in Berührung mit dem Kunden, ja, das rennt alles zwischen Kunden und Digistore24 ab, ja, ihr mit Digistore24 habt da eigentlich jetzt nichts, das ist kein Problem, könnt ihr so lassen, braucht ihr keine Datenverarbeitung oder sonst irgendwas zum derzeitigen Punkt, ja, zum derzeitigen Standpunkt. Es gilt genauso für Udemy, habe ich auch geschaut, gilt genauso für Udemy, die müssen schauen, wie sie das machen, ihr habt zwar die Inhalte drauf, aber die müssen schauen, wie sie die Daten verarbeiten, nicht ihr, ja. Ihr habt zwar die Einsicht und so weiter, aber das habt ihr nicht, müsst ihr nicht mit Udemy ausmachen. Facebook Pixel, darf der in dieser Form verwendet werden? Ja, der darf weiter in der Form verwendet werden, aber wie gesagt, immer mit dem Merksatz, beziehungsweise mit dem Opt-out, ja, sprich die Möglichkeit des Austragens in der Datenschutzerklärung beziehungsweise mit dem Vermerk auch in der Datenschutzerklärung, ja. Es soll also wirklich transparent sein und dem Kunde, beziehungsweise derjenige, der da drauf geht, hat die Möglichkeit, das auch wirklich auszuschalten, ja. Das habe ich jetzt bei Analytics schon, seit einem Jahr bete ich euch das vor, dass ihr das so macht, kommt vielleicht dann eben auch noch ein Praxisvideo dazu. Bei den Freebies, wie ist das jetzt, ja, ihr kennt das von mir, ihr geht auf meine Webseite und könnt euch eigentlich eine, und könnt euch auf meiner Webseite zum Beispiel ein kostenloses E-Book runterladen, ja. Das ist in der Form jetzt nicht mehr möglich, soweit ich das jetzt rausgehört habe, sondern das ist nur in der Form möglich, dass man sagt, wenn du, trage dich zum Newsletter ein und wenn du dich zum Newsletter einträgst, bekommst du ein kostenloses E-Book dann zugeschickt, ja. Das ist so wie jetzt. Das ist jetzt so eine Möglichkeit, die ich irgendwie gehört habe. Ich weiß jetzt selber noch nicht, wie das dann in der Praxis aussieht, aber es ist, glaube ich, in der Form jetzt nicht mehr möglich, solche Freebies anzubieten. Wird man sehen, ja. Genau, dann habe ich noch, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe mir noch aufgeschrieben, zu was getan werden muss, ja. Also, ich gehe jetzt ein paar Punkte durch, die ich mir aufgeschrieben habe, was getan werden muss. Das erste, was mal getan werden muss, ist ein SSL-Zertifikat, beziehungsweise eine verschlüsselte Verbindung muss hergestellt werden, ja. Das heißt, ihr müsst ein SSL-Zertifikat in eure Webseite einbinden. Habe ich schon ein Video darüber gemacht, das ist das einfachste von allen drum und dran, ja. Das zweite ist, ihr müsst beim Newsletter, das war aber immer schon so, ein Double-Opt-In-Verfahren haben. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel die E-Mail-Adresse bei euch hält, hält, also bei euch, wie soll ich sagen, bei euch eintragt, dann muss das in einem Double-Opt-In-Verfahren stattfinden. Das heißt, wenn sich jemand zum Beispiel bei mir mit einem kostenlosen E-Book hier jetzt eintragen würde, würde er nochmal eine E-Mail bekommen mit der Bestätigung, das muss er bestätigen und dann ist er erst eingetragen bei mir. Bis dorthin kann ich mit der E-Mail nichts machen und auch nichts versenden. Ja, wie gesagt, ich nutze Klick-Tipp, kann ich euch empfehlen, haben auch eine Auftragsdatenverarbeitung mit Anwalt drum und dran. kostet, glaube ich, 60 Euro oder sollen 70 Euro mit dem Versand gewesen sein und die Sache ist erledigt. Dann, es muss eine Aufzeichnung stattfinden, ja, das nochmal vorweggenommen, bevor ich zum Technischen noch weitergehe. Sprich, ihr müsst eben eine Liste führen, was für Daten werden verarbeitet. Zum Beispiel, ich verarbeite Daten in dem Sinne, dass ich die E-Mail von einem Newsletter, also für einen Newsletter eintragen lasse. Das hat den Grund, Informationen für Kunden, Angebot, Versendung und so weiter und so fort. Dann natürlich Cookie Notice, habe ich vorher schon gesagt, sprich eben, habe ich vorher schon gesagt, eben einen Cookie-Hinweis, so wie in der Form hier unten. Diese Webseite nutzt Cookies und so weiter und so fort. Das ist noch nicht ganz klar, ob das dann so bleiben kann oder ob das noch verstärkt werden muss. Sprich, wirklich noch größer oder bevor überhaupt die Webseite offen ist, dass das gemacht werden muss. Dann Auftragsdatenverarbeitung, also eine Auftragsdatenverarbeitung mit allen Abschließen, mit allen Programmen, die ihr abschließen wollt. Ihr braucht mich auch nicht fragen, ob ich werde kaum Fragen zu dieser DSGVO beantworten, darf ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin kein Anwalt. Diese Fragen und Themen sind einem Anwalt, das ist die Berufsgruppe, die so etwas beantworten kann. Ich als Webdesigner oder als Unternehmer kann das und möchte es auch gar nicht beantworten. Kann auch keine Gewähr dafür übernehmen. Ich sage euch jetzt nur, was ich bei mir ändern würde, was ihr auf jeden Fall auch ändern könnt, um zumindest in die Richtung zu gehen, dass das DSGVO sicher ist. Das erste ist einmal Kontaktform, also ich gehe jetzt nochmal eben darauf ein, Auftragsdatenverarbeitung, schließe das ab mit jedem Programm, wo ihr könnt. Ich habe mir dann auch eben rausgesucht, die Privacy Shield Zertifizierung ist sozusagen auch eine interessante Sache. Wenn ein Unternehmen eben Privacy Shield zertifiziert ist, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist, also das ist EU-US-Privacy Shield zertifiziert, dann haben die auch im Normalfall, könnt ihr das auf jeden Fall nutzen oder solltet ihr mehr nutzen können als andere. Wie gesagt, da könnte man zum Beispiel jetzt ClickFunnels reinwerfen, aber wahrscheinlich zum Beispiel Facebook hat die ganze, das heißt, da ist es schon mal gut, das kann man in der Form nutzen, wenn ihr dann eben noch den Pixel nutzt, ist das eine andere Sache, aber das ist auch ein Thema, lest euch dazu ein bisschen was durch. Das ist eben eine Liste von Firmen, die das auch haben. Dort könnt ihr nachschauen, ob euer Programm drinnen ist und wenn nicht, dann schreibt wirklich den Programm direkt, oder den Support eures Programmes. Also ich weiß nicht, wenn ihr ClickFunnels nutzt, ich nutze es derzeit nicht mehr in der Form, ich habe das zwar immer wieder genutzt, aber ich nutze es jetzt derzeit nicht mehr, weil ich selber nicht sicher bin, ob ich das jetzt weiter nutze oder nicht, beziehungsweise wie weit man diese Daten verarbeiten kann, das wird man dann sehen. So, was ist dann noch wichtig? Impressum war aber immer schon so, Impressum muss einfach ersichtlich sein, Datenschutz genauso. Der Datenschutz, wie gesagt, soll eben aufgelistet sein in alle Dinge, die ihr nutzt. Das ist also sprich, welche Daten, es ist einmal eine Einleitung hier jetzt, allgemeine Hinweise, wofür nutzen wir die Daten, welche Rechte haben sie bezüglich der Datenanalyse, Tool von Drittanbietern und so weiter und so fort. Wer ist der Verantwortliche? Das spricht meine Firma, Widerruf für die Einwilligung und so weiter und so fort. Ich habe das eben mit dem E-Recht 24 Datenschutzgenerator gemacht und habe dort alles hineingeworfen, was ich nutze und habe aber auch bei Google Analytics zum Beispiel, habe ich natürlich auch die Möglichkeit gehabt, hier Google Analytics zu deaktivieren. Habe ich auch mal ein Video darüber gemacht, wie man das macht. Das werde ich vielleicht jetzt nochmal machen. Das ist auf jeden Fall mal wichtig. Dann Kontaktformulare. Kontaktformulare bedürfen jetzt einer kleinen Sache noch mehr, nämlich, dass jemand euch eine Kontaktanfrage schickt. Dafür braucht ihr unter Anführungszeichen schon eine Einwilligung. Also derjenige muss halt zustimmen zu dem Ganzen, dass die Daten verarbeitet werden können. Dazu habe ich jetzt in die meisten Kontaktformulare schon eben das eingebunden. Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kontaktaufnahme für Rückfahrung dauerhaft gespeichert werden. Das steht auch in der Datenschutzerklärung. So, Kontaktformulare. Da steht dann der Passus dafür, wie das funktioniert. Das Ganze gilt auch für die Kommentarfunktion. Das habe ich jetzt hier noch nicht eingebaut. Ich habe das, glaube ich, gestern bei einer Webseite von mir eingebaut. Nämlich bei dieser hier, glaube ich. Wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Kommentar setzen möchte, muss man eben auch hier eine, mit der Nutzung dieses Formulars erklärst du die Speicherung und Verarbeitung deiner Daten einverstanden. Ja, das ist auch bei der Kommentarfunktion, denn da gibt er ja auch Daten ein, die hier wiederum in der Datenbank gespeichert werden. Ja, somit ist dem auch so. Kann ich euch dann eben zeigen, wie man das umsetzen kann. Das gleiche gilt auch für Social Plugins. Ja, also ich muss zum Beispiel, das muss ich mir anschauen, auf welcher Seite ich das habe. Also zuerst einmal Sharing Plugins sind ein Thema und auch solche Dinge. Also das jetzt nicht unbedingt, aber so Dinge, wo man direkt liken kann. Ja, ich habe das hier und da mal gehabt. So einen Like-Button oder direkt einen Abonnier-Button. Das darf in der Form eigentlich schon lange nicht so stattfinden, ist aber auf jeden Fall auch ein Thema. E-Recht24 hat zum Beispiel ein Safe Sharing Tool, glaube ich, heißt das. Das könnt ihr euch runterladen. Das heißt, da werden diese Sharing Buttons, die ich da jetzt, glaube ich, gar nicht in der Form habe. Ah, hier, oh ja, das teilen. Das darf zum Beispiel irgendwie nicht stattfinden, glaube ich. Das muss ich rausnehmen. Darf ich nicht, darf ich nicht sharen, weil, ja, das eben, wie gesagt, das überträgt schon Daten im Vorhinein. Ja, das sind dann mal so die, ja, Analytics, Google Analytics, das ist noch ein Thema, dürft ihr natürlich auch verwenden, aber eben mit dem richtigen Passus und so weiter. AdSense, wenn ihr AdSense nutzt, musst du das in die Datenschutzerklärung. Ja, genauso wie euren Affiliate Passus, sprich Amazon Affiliate Partnerschaft oder sonst irgendetwas, das muss auch in die Datenschutzerklärung. Facebook-Like-Buttons eben sind nicht erlaubt, diese entfernen es, aber der reine Link ist erlaubt. Also ihr dürft sehr wohl die Verlinkung auf zum Beispiel das da jetzt, das ist ja nur eine Verlinkung zu meinem Kanal, das ist auf jeden Fall, das passt, ja. Das dürft ihr machen, eine reine Verlinkung dürft ihr machen. So, jetzt komme ich noch kurz zu dem Thema Agentur-Webdesigner-Haftung. Ja, es ist so, ich habe mir da jetzt auch ja schon viele Dinge, also viele Gedanken darüber gemacht und wie das jetzt weitergeht und so weiter. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Hosting anbietet für eure Kunden oder Analytics oder E-Mail-Marketing und so weiter für eure Kunden macht, braucht ihr eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung oder einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit demjenigen Kunden, ja, dass ihr sozusagen die Daten von den Kunden auch verarbeiten dürft. So, wie sieht das jetzt aus, wenn ich als Agentur beziehungsweise eben als Webdesigner eine Webseite mache? Also die Webseiten, die ihr gemacht habt, soweit ich das gehört habe bis jetzt, ist kein Problem, ja, aber die Webseiten, die ihr jetzt halt machen müsst mit der DSGVO, oh, da müsst ihr halt diese Dinge, diese technischen Dinge, die ich euch jetzt gesagt habe, wirklich alle auch umsetzen. Denn die sind auch dafür eben, man geht davon aus, dass ihr sozusagen, dass eine Webseite ist sozusagen vom Webdesign ein Werk, das abliefert. Das heißt, ihr macht eigentlich einen Werkvertrag mit den Kunden. Und der Staat geht davon aus, dass ihr ein perfektes Werk sozusagen abgebt. Das heißt, im optimalen Fall eben so, dass das DSGVO sicher ist. Was ich machen würde, ja, oder was ich auch in Zukunft machen werde, ab dem Mai eben, ist, beziehungsweise habe ich auch schon gemacht, ist nämlich erstens mal ein Abnahmeprotokoll. Sprich, bei Übergabe des Projektes lasse ich mir das unterschreiben, dass das zu dem Zeitpunkt auch alles gepasst hat. Ja, einfach deswegen, weil wenn jemand nachher, zum Beispiel bei WordPress geht das ja schnell, mal den Datenschutz oder sonst irgendetwas ändern, und dann kommt jemand zu mir und sagt, na, der Datenschutz ist nicht gepasst, dann muss ich halt sagen, ja gut, aber das hat jemand abgeändert, das war nicht ich. Somit macht das, ja, macht auch ganz klar in der Leistungsbeschreibung, würde ich jetzt nicht reinschreiben, dass ihr zum Beispiel Datenschutz oder Impressum, legt es dem Kunden an, aber preist es nicht an, ja. Sprich, sagt nicht, wir machen Ihnen das DSGVO sicher oder sonst irgendwas, weil das geht gar nicht. Weil, damit eine Webseite DSG, also wirklich zu 100% DSGVO sicher ist, braucht derjenige einen Datenschutzbeauftragten bzw. einen Anwalt, der dafür auch qualifiziert ist. Das ist sein Beruf, das ist die Berufsgruppe, das hat nichts mit uns als Webdesigner zu tun, ja. Wir haben auch keinen, wir bauen zwar die rechtlichen Aspekte ein, aber wir haben eigentlich keine, wie soll ich sagen, wir sind keine Anwälte, wir müssen das auch nicht in der Form machen. Aber wir müssen den Kunden darüber aufklären, wie das abläuft, bzw. eben mit einem Abnahmeprotokoll und auch mit AGBs vielleicht, wo auch klar drinnen geregelt ist, dass keine Haftung übernommen wird und so weiter, kann man das jetzt eben als Webdesigner oder Agentur eben regeln. Das dazu, ja, das waren jetzt viele Informationen, das heißt, was wir machen können. Ja, übrigens, der Unternehmer bzw. wir als Seitenbetreiber haben dann auch die Beweispflicht, ja, wenn irgendjemand kommt und zum Beispiel sagt, da wurden Daten falsch verarbeitet, was jetzt sozusagen die DSGVO auch möchte, also beziehungsweise die EU möchte, ist, dass man ja auch Dinge, also falsch verarbeitete Daten noch anzeigt. Sprich, dass man eben dort sagt, das und das ist so nicht richtig abgelaufen, was ist da passiert und wenn die dann an dich, also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, Herr Nikolaus, wie schaut das aus, Sie haben da einen Newsletter drinnen, wie wird das verarbeitet, ja, dann seid ihr als Seitenbetreiber bzw. die Unternehmer oder das Unternehmen selber dieser Seite ist in der Beweispflicht, also das zu dokumentieren und auch herzeigen zu können, ja. Deswegen habe ich auch damals bei Analytics gesagt, erst mit dem Tag der Auftragsdatenverarbeitung, Datenverarbeiten und alles davor löschen. Ich bin jetzt auch noch gerade am Lesen, wie das bei WordPress ausschaut, in den Kommentaren und so weiter, weil das liegt ja alles in der Datenbank, wo man das jetzt löschen muss und dann erst wieder ab Mai in der Form führen muss. Ja, das liegt jetzt alles noch ein bisschen auch in den Sternen, aber das ist natürlich auch so eine Sache, ja. Genau, das sind alle Informationen, die ich für euch habe, ich glaube, es sind jetzt eh schon mehr als eine halbe Stunde, die ich da gequatscht habe, aber schaut einfach, dass ihr euch hier und da einfach, dass ihr das umsetzt. Ich werde mit euch ein paar Videos machen, vielleicht, wenn euch das interessiert, zu den verschiedensten Dingen, wie ich zum Beispiel die Kommentarfunktion eingesetzt habe, in die Formulare das eingesetzt habe. Da kann ich euch zu den üblichen Plugins, die ich nutze, zeigen, wie man das umsetzt und also sprich eben diesen Passus reinmachen. Datenschutzerklärung müsst ihr euch selber drum kümmern, das ist auch ganz einfach, geht auch einfach auf E-Recht24, der hat dort den Datenschutzgenerator und Impressumsgenerator und lasst euch das da ausgeben. Hier seht ihr hier, es gibt nicht alles, es ist manches E-Recht24 Premium, aber wenn ihr sicher gehen wollt, dann macht das mit dem Premium. Ansonsten eben Kontaktformular einbinden, SSL-Zertifikat einbinden, schaut, dass das alles einfach sicher ist bei euch. Wenn ihr zum Beispiel Programme habt, wo ihr nicht sicher seid, dürft ihr die verwenden oder nicht, dann schaltet die einfach ab, es sei denn, es macht wirklich viel bei euch. Ich weiß, bei euch einigen da draußen, zum Beispiel ClickFound ist ein Thema oder Mailchimp oder Cleverreach oder sonst irgendetwas. Da, wie gesagt, einfach direkt an den Support schreiben und fragen, wie schaut es aus. Sind sie für die DSGVO gewappnet, haben sie eine Auftragsdatenverarbeitung für mich und so weiter und so fort. Bei Analytics funktioniert es schon, ja, das heißt, ihr habt einen der wichtigsten Tool, habt ihr schon nochmal mit Google. ClickTip zum Beispiel werden, glaube ich, auch einige von euch verwenden, könnt ihr da auch ganz normal nutzen. Und ja, das sind die Informationen, die ich für euch habe. Wirklich viel mehr möchte ich für die DSGVO und nicht auch nicht machen, weil, wie gesagt, ich kein Anwalt bin. Das muss auch jeder für sich selber klären, ob er jetzt einen Anwalt nimmt oder nicht oder sich das selber zusammen reimt oder was auch immer macht. Ich kann nur euch jetzt diese Informationen geben, deswegen habe ich das auch so ausführlich gemacht. Setzt das um, was ihr könnt, ja, und zeigt auch Interesse daran, diese personenbezogenen Daten zu schützen, weil wenn jemand dann mal mahnen sollte oder zu euch kommt und sagt, dass das ein Problem ist, ist, glaube ich, der Wille auch ein anderer, wenn jemand sagt, na, mir ist das völlig wurscht, ich möchte nur Geld machen darüber oder sonst irgendetwas, sondern dass er dann einfach auch dazu sagt, nein, ich habe sehr wohl geschaut, dass ich Personendaten schütze, ich habe geglaubt, das ist so und so. Und wie gesagt, einer großen Bußgeldstrafe geht ja voraus, dass eine Abmahnung stattgefunden hat, beziehungsweise generell mal eine Mahnung und wahrscheinlich auch eine Möglichkeit zur Verbesserung. Das ist auch so dieser übliche rechtliche Weg, dass ihr irgendwie auch die Möglichkeit bekommt, eben etwas zu verbessern. Ihr bekommt vielleicht eine Abmahnung, eine kleine Strafe oder sonstiges. Also nimmt das alles nicht so jetzt ganz arg, dass jetzt alles tot sein wird. Ich meine, es wird jetzt für einiges was verändern, sowohl für Online-Marketing als auch für uns als Webdesign-Agenturen, oder als Werbeagentur im Besonderen. Es kommt jetzt darauf an, je nachdem, wie viele Kunden ihr habt. Genau, das ist jetzt mal eine kurze Umstellung, aber ich glaube, das werden wir alle gut überstehen. Ich werde euch auch am Laufenden halten, wenn ich wieder neue Dinge herausbekomme. Das heißt, wenn euch ein Video interessiert, wie das mit Google Analytics ausschaut, das recht sicher zu bekommen, könnt ihr euch, ich glaube, ich habe ein Video schon darüber gemacht, aber ich kann auch ein aktuelles darüber machen. Ich kann euch das Ganze bei Klick-Tipp etwas erklären, wobei das ganz einfach ist, da hat einfach eine Auftragsdatenverarbeitung machen. Ich kann euch ein Plugin zeigen für die WordPress-Kommentare, um diesen Passus hier einzufügen. Und ich kann euch das Ganze auch zeigen für eigentlich jedes Kontaktformular. Das kann man fast bei jedem Kontaktformular einfügen. Ich zeige es euch bei Contact Form 7. Dort gibt es sogar die Möglichkeit, das sehr einfach zu machen. Und in meinen neuen Kursen und so weiter werde ich da auch ein Update irgendwo reinmachen. Bzw. in meinen ganz neuen Kursen ist das sogar schon drinnen. Das heißt, das dazu. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und ich habe noch mehr Fragen aufgeworfen, aber ich glaube, ich habe es so leicht und gut verständlich euch erzählt, wie es sein sollte. Auch wenn die DSGVO dem einen oder anderen im Magen liegt, bleibt trotzdem motiviert und dran. Ich wünsche euch eben, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Bleibt motiviert und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.